auch ein herzliches hallo zu meinen youtube zu sehen wir spielen 1945 Alctruss es ist ein point and click adventure oder gehört zu einem bundle das ich mir gekauft habe und wir spielen ein neues spiel ich habe es noch nie gespielt ich habe es noch nie gesehen ihr könnt hier gemeinsam mit mir herausfinden wie das spiel läuft schon mal wie es läuft wenn ich gleich streame und extra noch aufnehmen Das war's, was in our lives, we were happy, but then you say, forget me, try and forget me, say I forgot you. Oops, falsch. Ihr werdet mich gleich wünschen, ich warte jetzt das Intro ab, ich muss nochmal rausklicken, weil sonst sehe ich den Chat auf Twitch nicht, falls mich wer anchattet. Okay. 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 So. Suche nach Glasklingen und Schmerztabletten, die in Josefs Zelle versteckt sind, indem du Objekte mit der linken Maus anklickst oder um Objekte anzusehen, klickst mit der rechten an. Okay. Sie bezeichnen meine Frau als unbekannte Speedgirl. Ich soll mit der Presse reden. Ich gebe keine Interviews. Das Ende meiner Tage als Funker. Ich rede nicht viel darüber. Meine ehrenhafte Entladung. Okay. Die habe ich alle schon gelesen. Liebesbriefe von Christine. Briefe von meiner Frau, Gedichtbände, die sie herausgegeben hat. Sie fährt extrem auf die Szene in North Beach ab. Die sind hier mehr wert als Geld. Das lasse ich hier. Das hilft mir nicht bei meinem Ausbruch. Nein. Ist sicherer, das hier in der Zelle zu lassen. Bis bald, Baby. Ja. Meine Glasklinge. An manchen Tagen meine Lebensversicherung. Heute nutze ich sie, um mein Matratzenkonto zu klindern. Ich habe mich schon gewaschen. Okay. Mein Bett. Mein Bett. Mein Bett. Mein Bett. Mein Bett. Mein Bett. Okay. Und wo ist dann sein Matratzenkonto? Nicht nötig. Mein Bett. Mein Bett. Hm. Nichts als Flusen und Staub in meinen Taschen. Wenn Mason meine Zelle das nächste Mal durchsucht, wird er enttäuscht sein. Solange er keinen genaueren Blick auf die Matratze wirft. Okay. Und wie kann ich mir diese Matratze erschauen? My? Mein Bett. Mein Bett. Mein Bett. Mein Bett. Ah. Na also, ein 20er. Nicht schlecht. Könnte auf der Flucht von der Insel durchwärts sein. Shit! Mein Messer ist kaputt. Wenigstens ist der Griff noch zu gebrauchen. Sollte ich wieder hinkriegen, wenn ich die zwei Scherben hier kombiniere. Durchzählen. Block B öffnen. In die Reihe. In die Reihe. Los, ab in die Reihe. Los, ab in die Reihe. Dann gehen wir in die Reihe. Ich lerne halt gerade genauso wie ihr das Spiel. Beeilung. Beeilung. Du hast gestern Abend etwas von einem Projekt erzählt. Du kannst es hören, wenn du es dir leisten. Erzähl mir mehr. 20 Kröten oder eine Flasche Schmerzen. Mir ist egal, wie sehr du möchtest. Du kommst da raus. Ist es ein Einheitsprojekt? Ich arbeite nur noch alleine. Na ja, du brauchst auf jeden Fall einen Mann auf dem Festland. Jemand, der dich aus dem Wasser fischt und über die Grenze kutscht. Jemanden, dem du blind vertrauen würdest. Wie wär's mit einer Kostprobe? Es gibt ein ungesichertes Fenster mit direktem Zugang zum Dach. Den Rest erfährst du dann. Ich bezahle dich beim Essen. Ich wusste, wir kommen ins Geschäft. Kannst du meiner Frau eine Nachricht zustecken? Sie besucht mich gleich. Ehefrauen haben in meinem Plan nichts verloren. So ein Porzellanpüppchen knirscht doch schon beim kleinsten Druck. Ruhe da hinten! Ruhe da hinten! Okay, ich hau heute Nacht ab. Vergiss es. Du brauchst mindestens ein paar Tage, bis du alles zusammen hast. Wir reden beim Essen weiter. Dann erzähle ich dir den Rest. Warum lassen die uns warten? Jemand macht das krank. Wir gehen auf die Krankenstation. Stillgestanden! Dann warten wir mal bis zum Essen gedreffen. Ich finde, wie aus wie fröhliche Genossen. Der Kitt. Ich sehe ihn gleich beim Essen. Ich frage mich, wann wir aufhören werden, ihn der Kitt zu werden. Immerhin hat er lebensleblich. Zählung vollständig! Vorwärts! Ja, dann machen wir uns im Essen und hoffen uns im Plan auch, hätte ich gesagt. Zeit für's Geschäft. Zeit für's Geschäft. Vielleicht. Nicht mit den Wachen. Mit den Wachen. Was gibt's Neues? Bist du bereit für deine Anhörung? Ja. Mein Anwalt sagt, ich komme heute vielleicht frei. Man sieht sich dann. In der Witzbeilage, ihr Penner. Du hattest doch einen Plan. Ah, der Plan. Jeder hat einen Plan. Was hattest du vor? Den behalte ich, falls sie mich da behalten wollen. Bekommst du heute Vornbesuch? Nee. Mein Alter hat sich aus dem Staub gemacht. Aber wie man hört, geht deine an den Piercer auf den Strich. Willst du echt Ärger, Bumpy? So kurz vor deiner Anhörung. Ich mach hier nur Spaß. Ich schau mal, wo ihr vorbei, wenn ich draußen bin, okay? Kannst du eine Nachricht für mich rausschmuggeln? Nee. Und das gilt für alle von euch Deppen. Wenn ich draußen bin, fress ich nur noch Pizza und Ficke-Bediener. Am besten gleichzeitig. Oh, Mann. Hat einer von euch Typen jemals Pizza probiert? Schon gut. Hey, Gaspipe. Hey, Joe. Hey, Joe. Kommt euch deine Frau nicht gleich besuchen. Sie ist kein Thema für dich. Ich weiß, dass sie kommt. Genau wie meine. Wie wär's, wenn ich euch ein kleines... ...Privatgespräch arrangiere? Zum letzten Mal kümmere dich um deinen Scheiß. Um deinen Scheiß. Wenn du es dir anders überlegst, hau mich im Besucheraum an. Fick dich. Willst du dich mit mir anbauen? Nächstes Zier wegen dreifachen Mord. Klar. Wie war das noch? Zwei Sekretärinnen und einen Buchhalter? Ruhe am Tisch. Kinder, nicht hier. Sonst trinkt es gleich wieder Trinkengas. Noch einen Abend, das überlebe ich nicht. Du kannst mir ein Gespräch unter vier Augen mit meiner Frau organisieren. Klar. Nur reden. Eine Nummer wird's weg. Das ist klar. Was willst du dafür? Alles. Was du hast. Ich hab dir doch gesagt, ich bin pleite. Du hast mindestens 100.000 da draußen. Spart euch eure Kräfte für den Hof. Ich will dem Kerl doch nur einen Gefallen tun. Ich habe nichts da draußen. Wie oft muss ich das noch sagen? Na gut. Dann schuldest du mir eben einen Gefallen. Dir? Dir? Kein Dir. Ruhe dahinten. Wenn du es dir anders überlegst, hau mich im Besucheraum an. Okay, also da kam man gefreut, dass ich den Besuch. Warum haust du nicht einfach ab? Haust hier rum und machst dich wichtig. Jetzt, wenn man es ins Wasser schafft, die Kälte und die Strömung geben dir den Rest. Und vergiss die Haie nicht. Es gibt keine Haie. Da gibt es diesen einen. Dem haben sie die Seitenflosse abgerissen. Jetzt schwimmt er im Kreis um Alcatraz. Er patrouilliert. Bullshit. Bullshit. Fick dich. Fick dich. Nicht mit den Wachen im Gelegen. Verdammt, du musst wirklich abwarten, bis der Wachenmann verschwindet. Mampf, 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 ja. Aufgegessen. Und das Besteck kriege ich nicht durch den Metallbektor. Nicht mit den Wachen im Gelegen. Nicht mit den Wachen im Gelegen. Wo sind denn die Wochen? Wie kriegt man den Weg? Das ist ja die Frage. Lassen Sie uns nicht hin. Wir dürfen erst aufstehen, wenn das Frühstück offiziell beendet ist. Hm. Hm. Also wegen diesem Projekt. Das kostet dich was. Gas Pipe. Was? Hab nichts gehört. Kümmer dich um deinen eigenen Scheiß. Leute. Ich esse doch nur meine Pfannkuchen. Verrug mich gleich im Hof ab. Dann rennen wir. Was brauche ich für deinen Plan? Das ist kein Geheimnis. Du brauchst ein Team. Das gefällt mir nicht besonders. Du brauchst mindestens einen draußen. Kommt deine Familie gleich vorbei? Meine Frau. Sonst hab ich draußen niemanden. Scheiße finde ich. Du musst sie ins Boot holen. Wie soll ich das denn anstellen? Da steht ein Bulle drei Fuß vom Telefon entfernt. Ich könnte ihn abnehmen. Wenn du Ergebnisse willst, redest du besser mit mir. Warum willst du auf einmal verkaufen? Ich brauche das Geld. Für dich ist das ein Schnäppchen. Für dich ist das ein Schnäppchen. Erzähl mir mehr. Aber nicht hier. Gut. Wir sehen uns dann im Hof. Verschende dein Geld doch nicht an. Verschende dein Geld. Halt dich da raus. Halt dich da raus. Okay. Was können wir sonst noch machen? Wir haben keine Reden. Die Teile sind uralt. Die Teile sind uralt. Und die Tränen in Gasanlagen. Interessant. Ich darf ja nicht gehen, bevor ich... So, alle Mann aufstehen. Wer Besuch bekommt, stellt sich in die linke Reihe. Das war eine ganz einfache Frage. Du kannst mir gar nichts erzählen. Bist du taub oder was? Halt die Maul! Halt die Maul! Das ist einmal mit einer klaren Antwort. Was? Tut mir so leid. Aber ich habe dich nicht mehr so. Okay. Was machen wir jetzt? Ich bin gerade nicht viel in der Szene unterwegs. Ich wollte eine Zeitschrift für Sie drucken. Aber ich habe kaum Zeit. Meine Frau. Sag jetzt mal. Ohne Herd wird es schnell teuer. Wolltest du uns nicht einen Kühlschrank zusammenschrauben? Sorry, ich wollte jetzt nicht rumjammern. Ich habe gerade nur so viel in die Ohren. Es wird kälter draußen. Es wird kälter mehr. Hast du genug Decken? Nicht über die Anstalt sprechen. Nicht über die Anstalt sprechen. Hörst du mir überhaupt zu? Ich hab dich vor den Bullen gemacht. Wie angefangen? Seegangwaffe. Nicht über die Insel sprechen. Nicht über die Insel sprechen. Ich rede vom Wasser. Über die Natur. Ich habe mich gegen mich ausmacht. Du hast mich auf mich gehört. Wie hast du den Mönchen gemacht? Ich kann dir nichts von meiner Antwort erzählen. Und Rache steht direkt neben dir. Kommt ihr da irgendetwas aus der Gäste im Menü? Das ist ja in... Das war's. Mehr Neuigkeiten gibt es nicht. Oh. Nimm das doch mal zurück. Es gibt so viel, was ich hier erzählen will. Aber... Nein, war ja klar. Und das war ja klar. GP. Ich jetzt. Halt jetzt die Fresse! Verdammt, hör zu! Ich schwimme quer über die Bay. Nur um dich umzulegen. Hörst du mich, du mieses Blitzchen? Du mieses Blitzchen! Okay, das war's. Okay, das war's. Ich hau hier. Lass mich zuerst reden. Niki sagt, er wird nicht umlegen, wenn er die Beute nicht kriegt. Was für eine Beute. Was hast du ihm erzählt? Ich hab's ihm gesagt. Wir sind pleite. Miki hat Schulden bei der Mafia. Ich hab ihm geholfen, einen Überfall zu inszenieren, und die Beweise verschwinden zu lassen. Was da in dem Transporter verbrannt ist, war kein irgendeines Geld. Ich wusste, dass er mich reinlegen würde. Deswegen hab ich die echte Kohle versteckt. In einem Safe? Wo? Du brauchst drei Schlüssel. Sprich mit Wirt, Sata und Bernadette. Du redest zu schnell, ich kann dir nicht folgen. Die Pläne sind in unserem Globus. Mexiko und Hawaii. Dahin gehen wir, wenn ich ausreiche. Ich hab nur noch bis zum Ende des Monats. Dann wird Miki mich umlegen. Ich brech hier weit aus. Halt dich bereit. Also gut, ich helf dir. Gebet, ich helf dir. Gebet. Gebet. Vielen Dank.